Was ist ein Anginal-Äquivalent? Ein Anginals-Äquivalent sind Schmerzen, die mit einem Mangel an Blutfluss zum Herzen verbunden sind und sich an einem anderen Ort als der Brust entwickeln. In klassischen Fällen von Angina pectoris, bei denen das Herz nicht genug Blut bekommt, entwickeln die Patienten Symptome wie Schwitzen, Übelkeit und Brustschmerzen. Manche Patienten haben jedoch Schmerzen an anderen Orten. Wenn das Symptom nicht als Angina-Äquivalent identifiziert wird, sind sich die Pflegekräfte möglicherweise nicht bewusst, dass das Problem beim Herzen des Patienten liegt. Dieses Symptom kann bei einigen älteren Erwachsenen auftreten, bei denen zu Beginn der Angina unerwartete Symptome auftreten können. Frauen haben auch abnormale Symptome mit Angina pectoris, die zu einer Verzögerung der Diagnose führen können. Der Patient kann unter Atemnot, starkem Schwitzen, Müdigkeit und Übelkeit leiden. All dies sind häufige Indikatoren für Angina. Einige Patienten berichten auch über Angstzustände oder Stress. Schmerzen können am häufigsten im Kiefer oder Arm auftreten, obwohl sie auch an anderer Stelle im Körper auftreten können. Manchmal wissen Patienten, die ein Angina-Äquivalent haben, nicht, dass sie ein Herzproblem haben. Die Pflegekräfte müssen die Konstellation der klassischen Angina-Symptome abzüglich der erwarteten Brustschmerzen zusammenstellen, um festzustellen, ob das Problem beim Herzen liegt. Eine Elektrokardiogrammstudie des Herzmuskels kann abnormale Rhythmen und andere Anzeichen von Herzschädigung identifizieren. Doppler Ultraschall des Herzens während einer Episode kann auch Einschränkungen des Blutflusses zeigen. Die Behandlungsoptionen für einen Patienten, der ein Angina-Äquivalent entwickelt, können variieren. Pflegekräfte möchten möglicherweise einige Tests durchführen, um mehr über die Ursache zu erfahren, da dies ihnen helfen kann, zu entscheiden, wie sie mit der Behandlung fortfahren sollen. Einige Patienten benötigen Medikamente, Operationen, um verengte Blutgefäße zu behandeln, oder therapeutische Übungen, um die Herz-Kreislaufkraft zu entwickeln. Patienten mit einer Angina-Äquivalenz in der Vorgeschichte möchten möglicherweise eine Warnkarte für Ärzte mit diesen Informationen bei sich tragen, da dies im Notfall wichtig sein kann. Frühe Anzeichen eines Angina-Äquivalents können von Patienten oder Pflegepersonal mit anderen Zuständen verwechselt werden, insbesondere wenn während einer Evaluierung keine detaillierte Liste der Symptome bereitgestellt wird. Beispielsweise ist ein Asthma-Patient möglicherweise an periodische Atemnot und Unwohlsein gewöhnt. Es ist wichtig, bei Arztbesuchen auf Symptome zu achten und sie alle zu melden, auch wenn sie nicht verband zu sein scheinen. Ein Asthma-Patient, der zum Beispiel über Kurzatmigkeit klagt, kann sehr unterschiedlich behandelt werden, wenn gleichzeitig scharfe Schmerzen im Kiefer erwähnt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017